Fantastisch! Ich habe mir überlegt, was wäre denn die schlimmste Bestrafung aktuell? Ich muss viel dunkles Elixier ausgeben, weil ich nämlich spare für meine Königin oder für meinen König zum Upgrade. Und ja, deswegen habe ich mich dafür entschieden, einfach mal eine Armee zu machen mit relativ vielen Hexen und relativ vielen Golems. Und den Rest habe ich dann einfach noch aufgefüllt, damit einfach das Armeelager voll ist. Und ja, fünfmal den Golem plus siebenmal die Hexe habe ich gemacht, habe dafür die beiden Kasernen geboostet und meine Zauberspruchfabrik. Und bin jetzt dabei und ich würde sagen, wir suchen jetzt einfach mal einen Angriff. Ich wurde übrigens angegriffen. Lieber Max, wenn du das siehst. Ja, du hast mich eingegriffen. Wir können es dir nochmal angucken. Max von Wonderland, ziemlich ein deutscher Clan, ich habe es nachgeguckt. Er hat es probiert, nämlich genau an dieser Seite hier, die man sieht, wo mein X-Bogen und mein Inferno-Turm im Ausbau sind, hat er es probiert. Hat oben erstmal ein paar Bogenschützen hingesetzt, Level 6 für mein Rathaus, hat er sie wieder mitgenommen. Und dann hat er hier unten, ich spule mal ein bisschen vor, vielleicht kann ich mir sogar an ihm rechnen. Ich weiß es noch nicht, wir werden es mal sehen gleich. Wir werden es mal sehen. Jetzt hat er da was hingesetzt, jetzt hat er es mit Bartsch probiert erst. Er hat auch noch 40 Kobalt, hat er auch noch dabei. So, die Mauern, hat er nicht ganz, doch hat er kaputt, hat er, hat er, hat er, hat er, hat er. Jetzt kommen die, jetzt kommen nämlich die Riesen hinterher, Riesen Level 7, sehr geil, muss man sagen. So, macht die, die Riesenbomben macht den Riesen natürlich gar nichts an seiner Stelle. Da kommt der Tesla raus. Da kommt der Tesla, der kümmert sich jetzt schon mal um die Bartsch-Truppen. Seine 15er Königin geht hinterher. Jetzt kommen noch die restlichen Barbaren. So. Jetzt sind noch ein paar Außengebäude und jetzt kommen meine Clan-Truppen raus. Ich hatte, ich hatte sogar eine Hexe dabei. Ich hatte sogar eine Hexe in der Clanburg. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und ja. Seine Riesen sind jetzt kaputt. Seine Königin wird jetzt von meinen Clan-Truppen aufs Korn genommen. Jetzt zündet er sie, aber das wird jetzt auch nicht mehr viel bringen, weil einfach, ja. Es sind einfach zu viele Clan-Truppen. Vor allem die Hexe macht dann schon richtig viel aus. So. Wutzauber. Bringt aber an dieser Stelle nichts, weil die, ja. Weil meine Hexe in der Clanburg ihm einfach dann ein Strich durchgerechnet macht. Jetzt ruft sie schon wieder neue Skelette. So. Restlichen Clan-Truppen. Jetzt ist meine Hexe leider tot. Jetzt kommen noch die Gole, äh, die Golems. Jetzt kommen noch die Kobolder an. Die er sich jetzt noch, er versucht jetzt noch in Richtung der Goldlager zu kommen. Aber, aber, aber. Ja. Tesla kaputt. Magier-Turm. Immer noch nicht kaputt. Magier-Turm lebt noch. Einmal kann er noch feuern. Zack. Hat noch die, hat noch die Bogenschütze kaputt gemacht. Jetzt kommen noch weitere Bogenschütze hinterher. Jetzt kommt mal, jetzt setzt er noch ein paar Kobolde hinterher. Und jetzt ist er, jetzt ist er durch, jetzt ist er durch, jetzt ist er durch. Ah, gerade wo er an dem Lager war, kam. Ah, ein bisschen hat er sich noch geholt. 48.000 Gold hat er sich geholt. 32.000 Elixier. Und das war's. Das war's. Ja. Hat mich 8 Pokale gekostet. Kann ich auf jeden Fall mit leben. Ich weiß nicht, ob ich mich an ihm rechnen kann. Keine Ahnung. Wir können ja mal eben gucken. Äh. Nein. Schade. Hat ein Schild. Ich will trotzdem mal eben gucken, wie seine Base aussieht. Einfach mal. Ja, okay. Da hätte ich's eigentlich ganz locker geschafft. Muss ich sagen. Zumindest hier oben, wo die beiden Goldlager sind, hätte ich vielleicht es doch geschafft. Er hat aber schon ganz gute Truppen eigentlich, ne? Muss man sagen. Max Golem, Max Hexe. Ja. Sieht schon nicht schlecht aus. Aber okay. Aber okay. Aber okay. Wir wollen mal gucken, dass wir jetzt wirklich mal einen richtigen Gegner finden. Am besten irgendwen. Natürlich mit richtig viel Loot. Ich hab auch zwei Sprungzauber gebaut. Zwei Wutzauber hab ich auch noch dabei. Und dann gucken wir einfach mal, dass wir jetzt mal einen gescheitenden Angriff kriegen. Ja, das hat mich echt relativ viel dunkles Elixier gekostet. Äh. Knapp. Ich glaub knapp 9.000 sogar. Aber gut. Das soll dann eine Strafe sein. Das soll eine Strafe sein. Und das ist definitiv auch eine Strafe. Wir sind richtig, 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 richtig viele. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ne, gegen Level 3 in... Ich hab keinen Frostzauber. Das ist die Scheiße. Ich hab keinen, ich hab keinen Frostzauber dabei. Das ist nämlich das Problem. Ich weiß nicht, ob ich einen hätte bauen sollen. Äh. Jetzt ist aber auch zu spät. Ich weiß nicht genau. Wir gucken mal eben noch ganz schnell. Wir gucken mal eben noch ganz schnell in meine Base rein. Ob ich da überhaupt jetzt... Ja. Ist jetzt gleich vorbei der Blitz. Und dann lohnt es sich auch nicht mehr. Jetzt lohnt es sich leider auch nicht mehr. Ja, der Clan-Krieg startet heute Abend. Ich hab eben schon einige Clan-Burgen gefüllt. Werd den Rest gleich noch befüllen. Äh. Einfach damit dann auch alles seinen richtigen Gang geht. Ich suche jetzt aber auch mal eben schnell einen Gichner raus. Mach mal eben an dieser Stelle einen kleinen Zeitsprung, bis ich einen gefunden habe. Also bis gleich. So. Ich nehme jetzt ihn hier einfach mal mit. Er hat immerhin 2300... Ich... Ah. Ich hoffe mal echt... Also wir haben 5 Golems. Ich hoffe mal echt das klappt. Kann ich hier was hinsetzen, ohne dass der König davon Wind bekommt? Damit ich zumindest das Rathaus mal eben kriege. Ja. Der König merkt zumindest jetzt gerade noch nichts. Ich hoffe mal. Es wird auch so bleiben. Äh. Die Königin ist auf der anderen Seite. Das ist auch schon mal ganz gut. Dann kann ich hier von hier ganz in Ruhe angreifen. Ich weiß nur nicht genau, wie ich das jetzt am geschicktesten machen soll. Weil ich hab echt 5 Golems. Ja. Wir probieren's einfach mal. So. Und setzen den Sprungzauber mal dorthin. Ich hoffe mal, dass die dann auch gescheiter durchhüpfen. Komm, 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 komm. Ah. Ich hab den Scheiß. Ich hab den... Ich hab ja den Zauber noch gar nicht. Scheiß. Ich hab ja den Zauber noch gar nicht. Den, den Frost... Den, den, den... Nicht den Frostzauber, den... anderen Zauber. So. Hupf, 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 hupf. Komm, 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 komm. Hüpff da noch durch. Hüpft da noch durch. Der Sprungzauber gilt doch noch. Ach ja, genau. Jetzt sind die Golems nämlich gleich schon... Fratze, hab ich das Gefühl. So. Bitte, bitte König. König. Geh da durch. Ja. Zum Glück hab ich noch meine Clan-Truppen dabei. Zum Glück hab ich noch meine Clan-Truppen dabei. So. Jetzt wollen wir mal gucken. Ja. Das wird... Es wird... Es wird sogar ein knapper Raid. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich noch irgendwo einen gescheiten Sprungzauber hinpflanzen kann. Wo der jetzt noch am meisten Sinn macht, das ist die Frage. Das ist jetzt noch die Frage. Hier vielleicht in die Mitte noch. Die da noch irgendwie rein. Ja, genau, hüpfe rein. Schönes Ding. Hüpfe rein. Ich will noch das Dunkle haben auf jeden Fall. Ja, da müssten wir sogar locker... Alter, die Hexen sind echt schon mächtig, muss man sagen. Die Hexen... Oh, jetzt holen wir den König noch. Jetzt holen wir noch den König. Kriegen wir vielleicht sogar noch das Elixier da raus. Wenn wir Glück haben. Alter, das ist echt ein Chaos hier. Ah, sie hüpfen sogar noch. Schön, da hüpft er sogar noch. Gut, dass ich noch 6er Magier in der Klamoog hatte. Das hat mir echt den Arsch gerettet. Die Golems leben auch noch. Der eine ist da sogar noch... Die Mini-Golems sind noch am Leben. Das ist... Hoffe ich natürlich, dass die Golems... Das ist natürlich... Die Golems sollten eigentlich ja... Bitte, bitte, lauft vor den Hexen her, bitte. Bitte, lauft vor den Hexen her, damit die auch ein bisschen noch tanken können. Die Königin von ihm ist kaputt. Ja, die Golems laufen davor. Das ist schon mal sehr schön. Die sollen nämlich tanken. Die Hexen sollen da hinterher laufen und sollen dann bitte den ganzen Schaden nicht abbekommen. So, komm, 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 komm. Jetzt schön auf den... Hau schön auf den Golem drauf. Hau schön auf den Golem drauf. Der Rest ist mir dann egal. Hau schön auf den Golem drauf. Hau schön auf den Golem drauf. Oh, das ist gar nicht mal so ein schlechter Angriff gewesen. Hat vielleicht Potenzial. Hat vielleicht Potenzial für die Zukunft. Ich weiß es nicht. Nein, die Kanone hat auf den... Die Kanone hat leider auf die Hexe drauf gehauen. Jetzt müssen wir mal gucken. Der eine Golem... Nein, nicht auf die Hexe. Lass doch die Hexe in Ruhe. Jetzt lebt noch der eine Golem. Jetzt wird der eine Golem sich gleich noch... Ah, nein. Oder? War da noch einer? War da noch einer? Ah, jetzt hat er sich geteilt. Jetzt hat er sich geteilt. Jetzt wird er auch gleich den Geist aufgeben. Ja, auf jeden Fall ein Frost für den... Wenn ich noch einen Angriff mache, dann auf jeden Fall ein Frost. Weil das ist dann wirklich... Dann bin ich ja gar nicht mal schlecht. Wenn ich da noch einen habe, der gegen den Inferno 2300 immerhin... Ein bisschen was zurückbekommen. Aber natürlich... Es soll ja eine Strafe sein. Es soll eine Strafe sein. Und deswegen... Es hat natürlich jetzt 30 Juwelen gekostet. Und es hat jetzt natürlich auch einiges an dunklem Alexier gekostet. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ich hatte eben noch über 60.000. Jetzt habe ich gerade mal durch die 2300... Habe ich jetzt auch gerade mal wieder 55.000 zurückbekommen. Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Vor allem, ich bilde jetzt auch noch mal für den zweiten Angriff noch was aus. Zeige den vielleicht noch später. Alter, jetzt habe ich wieder 54.000. Zeige den vielleicht noch später. Weil es jetzt einfach zu lange dauern würde. Ich habe jetzt... 10... Ich habe 10 Bogenschützen noch. Weil es einfach zu lange dauert. Ich möchte euch aber einen Angriff auf jeden Fall nicht... Vorenthalten. Nämlich hier von Sofakissen noch. Sofakissen hat diesen Gegner gefunden. Und hat keine Truppen dabei gehabt. Ist auch geil, oder? Du findest einen Gegner mit über einer Million Loot. Und du hast keine Truppen. Da fällt mir übrigens ein, wo ich das gerade sehe. Apropos viel Gold gefarmt. Luisas Goldquest. Ich habe jetzt die Leute rausgesucht, die ich dann besuchen werde. Ich weiß noch nicht genau, wann das Video kommt. Allerdings ist dann jetzt die Teilnahme vorbei. Also nichts mehr unter das Video schreiben. Ich habe die Leute jetzt rausgesucht. Es sind insgesamt sogar 6 Stück, glaube ich. Und die werde ich dann besuchen. Ich weiß noch nicht genau, wann das Besuchsvideo kommt. Es kann auch erst sein, dass es am Samstag kommt. Dass einfach dann Samstag noch ein zusätzliches Video kommt. Mit den Besuchen. Das weiß ich noch nicht. Also damit solltet ihr dann auf jeden Fall reinschalten. Und dann, ja. Ich wollte es euch nur sagen. Nicht, dass ihr denkt, ich hätte das vergessen. Nein, ich habe das nicht vergessen. Ich habe die Goldquest ja noch vor mir liegen. Ich weiß, wie viel sie geklaut hat. Und ich habe auch die Kommentare durchsucht. Und dann die Leute rausgefiltert. Und deswegen, ja. Er hat jetzt leider keine Truppen. Das ist jetzt echt ein Problem. Ich weiß noch nicht, was er in der... Ja gut, er hat seine Clanburg noch. Also er kann zumindest noch den Bonus mitnehmen. Auch noch. Aber das hat er jetzt nicht gemacht. Jetzt hat er noch einen... Er hat noch einen Barbar. Den könnte er ja jetzt eigentlich an das Rad aussetzen. Wenn er den jetzt an das Rad aussetzt. Aber warum macht er das nicht? Er hätte doch zumindest sich noch den Bonus mitnehmen können. Das verstehe ich jetzt nicht. Das muss ich ihn jetzt halt mal fragen. Äh, wer war es? Sofakissen. Sofakissen. Wieso hast du... Ach, nicht das Rathaus mitgenommen. Das ist ein... Er hätte ja dann noch... Ich meine, das ist nicht viel Bonus. Aber ich meine, er hätte doch nur im Grunde den einen Barbaren da hinsetzen müssen. Das ist ja nur ein Achterrathaus. Oder zwei Bogenschützen oder so. Keine Ahnung. Ah, wir haben noch ein Minion bekommen. Ja, nächste Woche will ich gerne einen Community-Clan starten. Oder vielleicht auch zwei. Ich weiß es noch nicht. Ähm, definitiv mal Feedback geben dazu, wenn ihr das wollt. Ob ich den dann starten soll. Also, ich hätte da richtig Bock drauf. Nur es gibt dann wieder Hate, ne? Weil so ein Clan hat ja, wie gesagt, nur 50 Plätze. Und dann abzüglich mir sind es noch 49 Plätze. Und dann wird wieder rumgehatet, wenn dann die anderen Plätze voll sind mit anderen Leuten, ne? Ihr wisst es ja, wie es läuft. Und ja. Wenn aber trotzdem Interesse besteht, es wird auch absolut keine Voraussetzung geben, da reinzukommen. Ihr könnt Level 1 sein mit dem Rathaus 1. Solange ihr eine Clanburg habt, könnt ihr natürlich auch da reinkommen. Das ist dann auch... Level ist total egal. Dorf ist total egal. Alles ist total egal. Einfach nur, dass man einfach mal wieder mit ein paar Zuschauern mal wieder einen Clan hat. Vielleicht mal Clan-War macht oder so. Das ist halt die Idee, die dahinter steckt. Ansonsten ist das eigentlich... Ja. Gibt keine Voraussetzungen. So. Das war dazu. Und jetzt sind wir doch am Ende. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Sage danke, wie immer natürlich, dass ihr dabei wart. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Abonnier nicht vergessen. Und bis um 17 Uhr. Macht's gut. Tschüss.